ach das ist eine ja ja ich weiß was es ist so eine schießbahn schießbahn schießanlage was macht denn eigentlich meine kantine hier oben läuft es hier oben oder erst noch nicht also viel los hier ist klar dass sie sich erst mal unten versemmel sammeln da kommt sie da kommt sie geflitzt jedoch nicht was machen denn die ganzen wissenschaftler hier die sollen was arbeiten man ach soja kampf söldner aber auch mal weiß ich nicht ich glaube wir könnten schon zehn stück machen oder wir machen erst mal fünf und schrauben die hier mal nach unten jetzt habe ich nicht wie es baut ja ich glaube so ist gut ach guck ach die werden dann ausgebildet zu haben aber schön vorbeigeschossen guter mann ein theoretisch können wir noch so ein ding bauen hat mal wir bauen noch so eine bahn zack direkt neben dran da geht das ein bisschen flotter sollten wir sie wichtig schon wieder gold lager vergrößerten oder was alter ja aber was muttert mut oder wir bauen erst mal das lager dass wir den raum dazu ach gucken aber ich kann hier so wir bauen erst mal den raum der ist gleich ausgebildet warten wir mal kurz einen moment fertig ganz kurz ausblenden ja der erstmal fett alles klar so jetzt gehen wir mal zu den da kommt die zweite schießbahn 30.000 hier für eine kapazität 180 perfekt sehr schön jetzt mal nach der neuen nebenhandlung man mit dem silbernen kult den revolver von elai barracuda junior wollen wir mal sowas machen oder wollen wir eher jetzt mal die mission abschließen ich glaube wir schließen dass man die scherben rekrutierung ab oder pr-manager ok starte an doch die headlines der singe einmal hartless criminal who would rob banks and you strike team 8 did that last week by your express order maybe but i'm not heartless i have an image problem that's all find me someone who can fix you mean someone who can airbrush your pictures public relations specialist you don't someone who make all this fake news go away okay wir müssen wieder einen stehlen auf der weltkarte da wäre zum beispiel einer da läuft aber gerade was anderes hier ist einer kohle geht gerade wieder runter das heißt wir müssen ja irgendwo hier läuft noch alles hier auch hier ist moment gar nichts hier könnten wir wieder was anstellen drei wächter machen wir das hier so was haben wir hier hier läuft auch nichts akku und zwei das ist okay treib ich da alter ja komm scheißegal jetzt kohle muss fließen die kohle muss fließen gut so auf meine biologen rum sehr geil die haben den pr-manager schon echt jetzt die gehen gerade die warten auf dem fahrstuhl hä wo ist denn der im knast ist er noch nicht da kommt er okay da kommt der pr-manager kann ich hier noch ein paar kameras installieren irgendwie ja was warum geht das hier nicht verdammt es wäre so cool wenn ich die direkte von abfangen könnte wo ist denn jetzt der pr-manager da kommt er aber eher der managerin oder weiß nicht androgyn so wir könnten dann auch hier neue dinge machen wo ist denn der pr-manager Da kriegt keiner mehr hin, oder? Das langt nicht mehr, oder? Nee. Hätte ich jetzt hier eine Dings weitermachen müssen? Ah, es riecht tragisch. So, wo ist denn mein kleiner Schergenfreund? Ah, wandert der in den Knast gerade? Der PR-Manager? Sehr schön. Dann ab aufs Stühlchen. Komm, Miyagi, hau rein. Was war das hier eigentlich noch mal? Nachhilfe-Sessel. Na, okay. Hier sind wieder neue Gäste eingetroffen, glaube ich. Sind da auch wieder Bösewichte dabei? Nee, ich sehe nix. Gut. Ja, das ist ein Mädel, oder? Was sind denn unterstützte Kameras? Ich checke es nicht. Jetzt brauchen wir einen PR-Manager-Trainer. 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 Und jetzt wird sie hier ins Eck. Zack. Also Energie haben wir, glaube ich, erstmal genug. So, und PR-Manager, weiß ich nicht. Machen wir erstmal zwei Stück, oder? Wir machen mal zwei Stück. So, was haben wir denn hier? Haben wir hier irgendwas, was... Freilwissenschaftler. Fremd, aber nicht. Wir machen was Kleines. Oh, es juckt. Schulter juckt. Gut. So, was macht mal zweiter Stock hier? Nix. Tot. Hier will keiner hin. Da kommt einer. Ach hier, da gucken zwei Fernsehen. Was gucken die? Haben wir irgendwas, was wir optional schon wieder... Ne. Verhör-Rischerke haben wir doch schon gemacht, Mann, oder? Ach ne, Verhör-Rischerke. Research has resumed. So, das muss ja dann gleich durch sein. Sobald wir die ersten trainiert haben... Ach, er ist schon dran. Guck mal. Hä, hä, hä. Salaries paid. Haben wir das Klavier und so eigentlich jetzt hier vorne installiert? Hört mir grad so ein, oder hab ich das wieder weggeklickt? Ne. Oh, nicht so dolle Tränen. Na, die übt noch. Können wir mal noch ein bisschen was machen. Ja. Ja, komm. Ja, geht nicht. In der Tür. Geht auch nicht. Warum? Gucken wir mal da halt hier hin. Lockerber Tische. Nebenhandlungen abgeschlossen. Perfekt. Bringt 30.000. Wir haben Platz für... Ja, passt. Where do you want me to start? Oh, oh, oh. Ist cool. Make me look like... A person of the people. I'll find some hands for you to shake. Babies for you to kiss. On second thought, make me look like a person above the people. Main objective complete. Sehr schön. Hauptmission abgeschlossen. Äh, später abholen. Geht zur Mission. Was kriegen wir denn da? Zehn Arbeiter. Ja, aber wir sind voll. Das ist komplett. Dann müsste ich das schon wieder erweitern. Deine Vaults sind fast voll. Ja, komm. Endlich. Das Midas-Device wird geboren. Keine mehr Verlangen. Na, nur ein paar Verlangen. Es gibt ein paar Komponenten, die zu erzeugen. Komponenten? Welche Komponenten? All of them? Fine. Let's go shopping. Your Vaults are full. Äh, ich muss mal ganz kurz Pause drücken. Äh, meine Tresorräume sind schon wieder voll. Das gibt's doch gar nicht. Ähm, die werden aber gleich leerer. Weil ich will hier oben noch ein bisschen erweitern. Hier kann ich noch nicht durchgraben, oder? Kann ich hier durchgraben? Wir gucken. Ja, ich kann hier durchgraben. Sehr schön. Äh, dann graben wir hier auch durch. Und machen, äh, genau so weiter wie geplant, oder? Zur Not könnten wir das dann... Warte mal, ich mach mal hier eine Tür dazwischen. Da ist sie ja schon. Ja, genau. So, Bettchen. Äh, da ist es so wieder... Was ist denn? Ja, da ist es so wieder... Er, da ist es so wieder... Untertitelung des ZDF, 2020